Willkommen zu einer... Wir haben hier einen sehr schönen Serverraum, äh, Partyraum. Pass mal auf, ich mach das jetzt. Ja, gerade ist Folge 60 hochgeladen. Am Tag, wo Folge 60 erscheint. Es ist 18 Uhr, die Folge lädt jetzt bei ihm erst hoch und ich dachte immer, ich wär krass. Geh bitte mal zu dir und hol... Warum hast du noch was mir... Alle Music Discs. Weißt du noch, was wir machen wollten? Alle Music Discs von zu Hause holen, was du jetzt tun wirst? Hey, wir wollten doch so, 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 ähm, mit Noteblöcken, ähm, Musik machen. Das wollten wir in Master Builders tun. Ja, aber da funktioniert's ja nicht. Also es funktioniert schon, aber das hörst du nur, du. Ja, und ich kann das eh nicht spielen. So, ich mach jetzt völlig unnötig mal Houston, Texas. Wieso, Houston, Texas? Scheiße. Äh, vor allem, du kündigst es noch so an. Ich mach jetzt mal völlig useless, Houston, Texas. Was? Wir haben jetzt ein Fixes. Fuck. Fuck. Alter, die letzten 20 Minuten von diesem Projekt laufen gerade. Nein. Die letzten 20 Minuten der letzten Folge, die 20 Minuten lang... Wir sind in Folge 136 angekommen. Ich möchte allen danken, die dieses Projekt gesehen haben. Es wird sowieso sich kein Mensch angeguckt haben, voll. Und wenn doch, dann bitte sucht euch ein Leben. Und... So, ich drück jetzt nochmal Houston, Texas. Und zwar Santa Fe. Alter. War ja Daxel schon scheiße, ne? Nein. Doch, vor allem, wenn es leckt. Warum leckt es denn? Weil es leckt. Und du gerade im Meter bist. Das hat damit doch nichts zu tun. Leckt aber immer. Das hat was damit zu tun, dass wir zu krass sind für das Serverding. Hm. Wir haben Nitrado gesprengt. Lass mal Nitrado besuchen. Und uns erstens beschweren die Sch... So nenne ich vielleicht die Folge, wo wir so Lecks hatten im TS. Wir haben Nitrado gesprengt. Ich hab Nitrado gesprengt, die Fresse. Das sieht jetzt richtig scheiße aus, was ich mache. Aber es könnte auch richtig geil aussehen. Also in anderen Worten, es sieht richtig scheiße aus. Und es wird richtig scheiße aussehen. Nehme ich überhaupt auf? Ja, tue ich. Nehme ich auch... Hm. Das Richtige auf? Tue ich hoffentlich. Ja. Nehme ich auch... 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 So, Hauptbahnhof. Und dann einmal in die Long Range umsteigen. Nach Washington DC. Voll der Umweg, Alter. Ich fahre erstmal zu dir. Und dann zum Spawn. Und dann nach Houston. Und dann zum Spawn. Ja. Ja, das sieht genauso scheiße aus, wie ich mir gedacht habe. Das müssen wir am besten nochmal bauen. Okay. Aber ich glaube, ich mache das nochmal. Ein nach oben. Jetzt brauche ich Mörbel. Kannst du mal bitte diese schwulen Ghasts killen? Ich liebe dieses Lied. Dö, dö, dö. Hallo, Mr. Krabs. Ich dachte, wir machen hier Party. Mach heute Party. Machst du heute Party? Ja, wir... Ja, hier ist das drauf. Das ist hier drauf. Okay, und hier. Hallo. You people are not about trucks. Bing, bong. I don't, I take it. Oh, you touch my tra-la-la. My bing, bing, bing. Alter, jetzt sieht's doch irgendwie auch wieder chillig aus, ne? BING 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 die die das für die in den den sie und auch über dem die ob die mitten in die pdp pf in Richtung dem ding 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 den fliegel Vikings im in der Klinik in der Hand ein nein die Dürze auf den Klinik auch in der Klinik auch ab ich glaube du willst mal Fett Schaden haben das sind Nachricht auf Skype bekommen Bing BONG Bettmann Bing 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 bong Bing 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 bong bong bing bing bong Bing 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 Hast du die G pixart geschlagen? Nein allah Satat $$$ BBarG Lobbyarnos BBarG Im aceptation Bing bing buuing bauing, bing bing bing. Das ist so schlecht. Ich muss eigentlich vielleicht auch das text die das wo es ist zu ende worauf hast du denn gerade mal lust bei mir ist gerade musik angegangen worauf hast du Bock darauf hast du doch ach so der macht wer Patrick ja wer sonst ja deine Mutter ja mal kurz ja du bist so scheiße ich dachte du überlebst das mitten im halben März ich hab das kalkuliert du hast schon wieder eine Nachricht auf Skype bekommen werden der denn ich will der 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 Dene Deneene 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 Nein Ich komm nicht mehr in die Hölle alter hier Warum nicht? Clickman Ja ich hab keine Rüstung mehr dazu Deneene 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 gehört man das von vorne los alter wo ich habe zu viele teile gemacht hast du einen krabb hinter das hammer hol mal einen an angeht mit liebten in innen innen die drinnen die dr m m m m die drinnen die 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 aber auch so meinten ich habe gerade ein Zombie-Pick mein Angriff warum auch immer der hat gedacht wenn wir die Blankklamotten haben weil wir sind Gamer, Beziehung ist nicht aus oder um ausziehen klingt noch komischer als es sowieso schon klingt die 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 ja ich gehe jetzt mal auf die Suche nach weiteren Musikdisk in weiteren Dingsis ich suche einfach mal nach Festungen und guck ob da noch Musikdisk sind ok ah hier habe ich mal meine Kräuer aufgestellt deswegen ist alles Erde ich habe glaube ich auch ein Auftrag bekommen ein paar Party Gäste das kann nicht gut enden doch es kann sehr gut enden ich werde noch drängen vielleicht hier haben ich habe es halt nicht mehr und deswegen da ist ne Kiste ich will da rein nein ich will da rein naja komm schau nein ich war hier hinten hier war doch irgendwo weil hier ein Tor Ach ja, Villager. Das hab ich gar nicht gedacht, lol. Du kommst nicht auf so schlaue Dinge. Mann, ich will jetzt kein Gold finden. Ich will Music Discs. Wo war hier ein Dorf? Z45x263. Oh, hier war doch eins. Ich hab hier doch meine Curry aufgestellt und das ist doch umgemäht. Das ist doch oft umgemäht. Die sind doch noch doofbewohner irgendwo. Ach, da ist eins. Die sind echt schön doof, wenn die dann doch wohnen, Alter. Alter, das sind viele und das sind jedes Mal alles die gleichen. Alter, wie oft kann ich jetzt hier hinfliegen? Du darfst das nicht pauschalisieren. Du kannst ja deinen Spawner mitnehmen und die dann spawnen lassen. Ah, bitte nimm Name-Tags mit und benenn die dann noch irgendwie. Hast du so viele Name-Tags? Ja. Also fünf... Du kannst ja nur so... Nimm halt fünf Party-Gäste, die du irgendwie benennst noch. Horst. Unser Horst. Ja, aber Horst haben wir doch schon auch. Bestimmt. Und wenn nicht, dann sterben sie halt. Horst hatten wir doch schon. Mann, der ist doch jetzt tot. Der ist doch tot. Nee, der ist nur verschwunden. Auf komische Weise. Und jetzt ist halt wieder aufgetraut. Ach so. Es geht. Ich bin doch plausibel. Was war eigentlich mit dem? Wir müssen nur um eine Geschichte um den herum uns überlegen. Und hier sind viel zu viele Viechte, Alter. What the fuck? Ja, er ist... Ah, ich weiß was. Er ist gestorben und in die Hölle gekommen. Und schwul geworden. Deswegen macht er... Deswegen danst er jetzt in der Hölle rum. In dem Party-Lounge-Zimmer. Mann, ich würde gerne... Weil er in die Hölle gekommen ist. Und weitere Dingsis finden, weitere Discs. Findet man die überhaupt in der Hölle? Ja. Sicher? Halt nicht so oft wie auf dem Mond oder so. Ja, deswegen müssten wir eigentlich auf den Mond. Nee, eigentlich auf die anderen Planeten. Wir können das ja in der drei Stunden voll. So, ich mach jetzt Party mit Horst Seehofer. Mit Horst Seehofer. Ja, ich flieg dann mal zurück. Mach jetzt Party mit Horst Seehofer. Und Angelo Mertel. Angelo Sperfel. Und Dieter Bohlen. Hier könnte noch was sein. Nö, hier war ich schon. Ja, äh... Ich hab auf jeden Fall nichts gefunden. Das ist natürlich... Phänomenal. Warum sind hier eigentlich schon wieder Pigmans drin? Alter, das ist halt echt nur für VIPs, ne? Äh, wo bist du? Ähm, ich will dort beruhigen. Ich hör sie. Ah, hier ist schon einer. Hm, das ist Horst. Horst Seehofer. Du hast keine Name-Tags. Doch. Bei meiner Kiste oben, wo der Fischer war. Ach so, ja. Was hören wir denn mal heute? 13 hat... Wir doch noch nicht, oder? Doch. Scheiße. Cat. Ne, wir hören uns jetzt. Ich mach heute Party an. De, de. Ähm... Muss ich mir jetzt ernsthaft... Hallo, Mr. Krabs. Hier, machen wir Party. Heute Party? Machst du heute Party? Du, heute Party? Ich mach heute Party. Machen Sie heute Party, Mr. Spag? Ist das Wunschbock? Mr. Spag? Ich mach heute Party. Mr. Spag? Ja. Mach heute Party. Ich mach heute Party. Ich mach heute Party. So. Ähm, das hier nennen wir... Paulus. Thaddeus, wir beide sind Thaddeus. Ich weiß nicht, wie man den schreibt. Wen? Schon mit F, oder? Wen? Seehofer. Seehofer. Ja, mit F. Wie sonst eigentlich? Hofer mit P.H. habe ich nirgends gesehen. Gibt's auch, glaub ich, gar nicht. Nee. Du, 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 du. I'm a Scatman. Come on, Coo. Die neuen Party, bestbekommen. Ja, ist vor heute an. Heute Abend, äh? Steppt der Bär. Hören wir richtig, Aua. Schon stimmen. Mach die Tür zu, yes. Rick. Nicht noch. Habt ihr denn der Volt gerade abhauen? Ja, eben. Ja, eben. Die Leute, Zerlauer, Erik. Horst Schlemmer. Horst Seehofer. Weißen die alle Horst? Nein. Nein. Warum sind hier draußen so viele? He-issaards, die hier Chenken können? Hug enmigdom. Ding, 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 ding,Harry, cerebellum, ding, 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 ding. Dann müssen wir das halt noch... Wir machen das gleich mal offline. Genau. Oder in der 3-Stunden-Folge. Nee, gleich. Wir machen in der 3-Stunden-Folge alles, also... Ja, dann geht die nicht 3 Stunden, sondern 8 Stunden. Bing, 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 bong, 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 bing, bing, bong, bong. You people know a lot about trucks. Bing, 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 bong, bing, 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 bing. Hier ist für dich, für dich, Horst. Ich hol noch einen Horst. Denk dir schon mal einen Namen mit Horst aus. Ähm... Google doch einfach! Bekannte Namen mit Horst. Bekannte Namen mit Horst. Du meinst bei den Sohn mit Horst Lichtergeburt. Stimmt. Noch. Dann suche ich jetzt irgendeinen Typ mit Schnauzbart. Wir brauchen bei den Dorfbewohnern noch Texturen. Bad man. Aber dann wird es echt viel... viel Arbeit. Das kannst du vergessen. Das mach ich nicht. Das mach ich nicht. Bing, 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 bong, bing, 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 bong. Wer macht denn bitte, wer macht denn bitte, äh, ein Horst Seehofer Skin? Gerne mach ich einen, aber nicht für jeden Politiker. Mach halt auch irgendwie Horst Merkel oder so. Oder Danke, Merkel. Nimm einfach den hässlichsten. Nenn mir einfach Danke, Merkel. Nimm einfach den hässlichsten. Bing, bing, bong, bing, bing, bong, bong. Was waren die verschiedenen Blöcke, die die Töne machen? Unter den Not Dings? Bing, bing, bong. Blöcke, die die Töne unter den Not Dings machen. Ah, nein! Äh, was ist denn? Wo hab ich den Notbewohner gesetzt? Oh, Scheiße, ich glaub der ist verreckt. Ah ne, hier ist er. Er hat überlebt mit zweieinhalb Herzen. What? Bing, bing, bong. Oh, Seehofer. Oh, Schlemmer. Scheiße. Villager. Bing, bing, bong. Das ist nicht zufällig ein Stack Eisen hier, oder? Alex. Alex. Ich muss dein Zimmer noch aufräumen. Bing, bing, bong. Ich glaub ich brauch jetzt nen Toast. Mach mal doch mal von vorne. Ich komme. Ich bin jetzt der DJ. Du musst dein Zimmer noch aufräumen. Es leckt. Komm, wir machen jetzt richtig Party. Oh, das Lichter. Lass das, scheiße. Ich bin ja der DJ, verpiss dich. Du bist so doof. Alex. Wieso? Du hast die DISS rausgetan. Wir sind aber Ende der Folge. Ja, morgen kommt die 3-Stunden-Folge. Tschüss, 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 tschüss. Ich hoffe, alle hatten schöne Weihnachten übrigens. Sollten wir vielleicht mal bei den Folgen dazu sagen. Ja. Kann man nicht hin. Nee, kann man nicht. Tschüss. Tschüss. Und denk dran. Du musst dir die Haare schneiden. Und denk dran. Du musst dir die Haare schneiden.